Warte, das können wir gleich mit ihm fragen. Was willst du denn sagen? Spuren wir in den Sorge. So, ihr habt nichts gesehen. Schön. Was wolltest du denn damit machen? Von der ersten Reihe, dann die mittlere Reihe, dann reingeschrieben. Oder reingeschrieben. Dong, 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 dong. Lass aber nicht ab. Ich sehe schon, wir sind total ernst bei der Sache. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Moment, was? Oh, hi. Hey, ich kann richtig springen. Geil. Oh, geil. Ja, 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 ja. Okay. Ja, 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 ja. Ich meine, nein. Er kriegt, er kriegt, er kriegt, sag mal. Nee, ich bin wohl wieder nicht. Luft holen, Luft holen, mein Lieber. Das wird sonst nischt. Von der Asthma an Verlieren. Äh, ich hab's eingegeben. Darf ich drücken, ne? Ich denk schon. Warte mal, ich hab was vergessen. Oh, wow. Und du hast auch Zugriff da drauf? Ja. Okay. Hi. Gehst du mal weg mit deiner komischen Gummiente? Ja, ja. Sonst hole ich meinen Lachs raus. Oh. Wer hat das Schild eingesammelt? Hä? Du meinst das hier? Ja. Meinst du das hier? Da. Da. Äh, können wir? Alles eingehen? Ja. Was? Ich denke, ja. Yay! Äh, hallo? Hi. Äh. Äh. Hat nicht so gut funktioniert, würde ich sagen. Äh. Eigentlich ist weg. Ähm. Äh. Ich drück mal. Tschüss. Ich hab Angst. Egal. Nicht nur du. Äh. 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 Ach Gottchen. Äh. Hi. Ich sehe ein Licht. Äh. Ich find mir Lachs. Äh. 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 Lachs. So, äh. Äh. Wollen wir da hin? Äh. 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 Dann ab, 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 ab dafür, würde ich sagen. Da, 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 da. Ich will aber nicht sterben. Ich will aber nicht hin. Ich will aber nicht hin. Ich will aber nicht hin. Warum denn nicht? Sieht doch süß. Äh. Ich mein, das ist doch ein bisschen anders. Sieht aus. Ja, ich krieg dürfen. Mein Gott. Ähm. Ähm. Irgendjemand hat meine vier Gold-App. Ich hab keine. Ähm. Das sind. Äh. Die hab ich. Ah. Es sind Ohren aus. Kann ich die haben? Komm mal hier. Kannst du mal gerne ein bisschen. Oh, vielen Dank. Äh. Sollten. Ähm. Ich muss noch mal nach oben. Äh. Oh. Geil. Eric. Äh. 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 Ölfe. Äh. Ähm. Äh. Äh. Oh, lol. Hat der eigentlich eigentlich einer? Ihr müsst auf die, die, die Druckplotte da, da hinter euch. Das, was goldig ist. Ui. Ähm. Ich, ich, ich. Nein, 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 nein. Das ist irgendwie nie was. Nein, 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 nein. Einen Versagen, verweich mich, eh ja. Kommt jetzt mal mit, oder was? Lasst eingreifen, äh ne, nichts plassen. Au, hey! Sag die richtige, du... Wir haben so was nicht gewöhnt, ja. Ich hab irgendwie Angst. Ah, alle, bitte, Orientierungslosigkeit voran... Es sieht nach Fallen aus. Es sieht nach... Also ich würd' mal nicht se... Okay, da haben wir gerade aus Kamera nicht. Das sieht aus wie... Schmuck im Gang? Schmuck? Ich würd' nicht auch mal den direkt über die Druckplatten drauf drücken. Nicht? Ähm... Ich hab... Ich will nicht. Äh... Wow! Äh... Tyrock's einfach durch! Äh, mir... Mir ist schlecht. Was passiert da irgendwas? Warte, ich hab doch so'n Zauber zum Rüberschubsen. Stell dich mal hier vorne hin. Stopp! Wie? So. Aber da sind direkt wieder welche. Äh... Wie komm ich jetzt? Ich fühl mich, als hätt' ich gesoffen. Ist es? Nee, geht's nicht. Äh... Hast du Rückstoß vielleicht? Nein. Bei mir trennen sich alles. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö soll ich ich probiere es mal so weg okay fangen wir an hier versucht mit ein hopes rüber zu kommen ist das schafft ihr nicht ich warte ich wieder hier mit meinem schwert dann kommst du ja wieder nicht rüber sind ja nur drei sekunden oh gott ich glaube ich muss uns was dabei hilft ich glaube ich glaube ich muss eine pilzzuppensekte ich bin dabei soll ich wieder rüber schubsen weil ich hab ich krieg so gut wie gar kein schaden von diesem au ding wer weiß was das jetzt stellt euch alle nebeneinander das grüne ist etwas das ist au ich hab ich hab ich hab äh du leuchte au hey du kleiner dreckiger bastard du leute ähm kassi ich hab kassi ich kenne euch ich seh kassi oh mein god bin ich mir warte 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 ich hab kassi ich bin umgelegen lass mal zurückbleiben ach erst mal kurz es ist vielleicht glaube ich sicherer ich ess mein keks Alter kommst du woher du du dreck sagt du elendiger bist doch unverschämt ja was macht ihr denn ich seh gar nichts ich 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 auch seh die armen ich schwindle ich 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 seh gar nichts und boah schlecht ist mir genauso das war daneben oh ich nehm mal den tempel auseinander ist ok oder haha ich glaube nicht äh ich seh auch nix lass erstmal nochmal nochmal kassi im moment warten bis hier irgendwie wieder grad besser ist alt ja siehst du auch nix nee und es wackelt alles äh komm mal mal zurück bevor er oder ja äh wo wow äh ich äh wie geht's wie sieht ihr denn aus ihr seht irgendwie komisch aus da geht's gar nicht weiter nein hier scheint es nicht weiter zu gehen boah wie langweilig äh aah aah au 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 hat jemand essen noch bisschen dabei vielleicht sollten wir in der richtung nicht unbedingt hingehen äh äh ich seh ich aber hier geht's wieder besser und was ist geht's denn hier weiter da kommt man ja wieder hier her äh wie äh von da kam grad Cassis Stimme und ne ne ganz dunkle ja aber vielleicht kommen wir wieder zu nem Umweg dahin über den Umweg dahin äh ja aber da kann man ja so so durchlaufen äh äh ich seh da hinten was das ja au 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 das war jetzt bisschen sehr warm würde ich sagen das warum ist da plötzlich Feuer aufgetaucht das war ich äh Entschuldigung ich sollte es mal deine Fähigkeiten unter Wollen wir nicht lieber außen rum ja wir könnten ja erstmal die anderen bringen ja der direkte Weg führt nicht immer zum Ziel also nicht gesund jedenfalls ja Cassi was hast du ja konnte ich nicht so schnell kennen oh Entschuldigung ist da noch ähm das ist schon mal der Typ äh Alk Alk ich komme ich hab ein schlechtes Gefühl Moment Moment wieso geht ihr auch durch den wieso gehen wir nicht außen rum ich wollte ja nicht fragen ob es dann Weg außen rum gibt ja hier oh gut äh äh was will ich ähm äh was irgendwie gehts ja nicht weiter mit dem Zauber warum kommen die immer zu mir geht doch mal woanders hin wenn man wenn man auf die ja dann lasst uns doch erstmal die anderen Wege austesten ja ich komm da hinten ach Gott hier ist noch ein Weg das sieht doch aus wie der ja deswegen ja ich glaub das gab einfach zwei verschiedene Wege wo man hierher kommt hier hm 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 ja gut dann müssen wir wohl da durch ne hm hm das sind zwei ja es gibt nur den Weg ja es gibt nur den Weg hm hm Fischer ja ich hab auch nicht mehr viel wirklich was ok ich glaub ich hab noch was ja wir müssen Essen hab ich noch zur Not ok äh äh Leute ich seh schon wieder nichts rückplatten heißen nichts gutes ja kann man da rüberspringen oder weiß es nicht ich könnt euch höchstens wieder rüberschubsen aber da vorne sind gleich diese Viecher ja was passiert da wenn man da drauf drückt kommt vielleicht ja super kriegt jemand da drauf gedrückt mit Augen zu und durch Leute ich seh nicht mal was Da sieht man auch Ich weiß nicht, ob das da wirklich der beste Weg ist ähhh Das ist gut! Du! Ja, ab geht's! Ab geht durch die Mitte hier! Hi! Was macht ihr hier? Ihr wagt es gegen mich kämpfen zu wollen! Ich schriech ihn! Ich schriech ihn! Ich schriech ihn! Ihr werdet scheitern! Ich schriech ihn! Hurra! Uncool! 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 Jetzt wird dabei ein Rudoscheißklapper geräuscht! Dann bin ich wieder zurück! Ich glaube, das ist nicht wirklich der beste Weg! Ihr müsst in die Mitte gehen lassen! Was in der Mitte? Auf dem Tisch! Auf dem Tisch! Auf dem Tisch! Ja, ich seh nicht mal was! Ich bin blind! Ich bin auch noch blind! Oh, Gottes Willen! Los, meine treuen Schüler! Bringt sie um! Was hier ist? Au! 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 Uncool! 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 Au! Ich seh wieder was! Au! Was schießt du mich hier ab? Jetzt langt's ja mal hin! Jetzt langt's mir aber hin hier! Jetzt langt's mir aber hin hier! Au! 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 Da hinten sitzt er ja! Ich seh nix! Geh! Komm! Hier! Folg mir! Hier drauf! Irrst du mich mal in Ruhe, du Kackvieh! Ähm! Ähm! Danke! Au! Cassie! Ja! Au! Wie bist du da reingekommen? Oh! Aber wo weiß ich, wie ich hier reingekommen bin! Äh! Au! Das tat weh! Was wollt ihr hier? Boah, Rockel! Au! Ey, boah, boah! Cassie hat sich erst mal hier! Komm! Raus da! Cassie! Ich glaub, Rossell kann nicht zielen! Also, treffen tut das schon mal nicht! Zielwasser! Vielleicht ist es auch grad einfach nur so, dass wir ihn unterschätzen... Er kann doch treffen! Achtung! Gibt's nicht irgendwas, wo wir ihn verwundbar machen können? Habt ihr keinen Zauber dafür? Nein, ich hab... Ich mach schon alles, was ich kann! Ja! Wer ist ihr zwei gemeinsam? Ja! Wer ist dann? Ja, dann darf mir aber auch keiner im Weg rumrennen! Gemeinsam seid ihr zwei mächtiger vielleicht mit dem Zaubern? Kommt mir vor wie in so einer Schienzbude, Alter! Denkst du so etwas, macht mir etwas aus! Scheiße! Ich glaub, der hat nicht treffen gelernt! Au! Das funktioniert nicht! Au! Warum genau ich? Au! Au! Hätte ja klappen können! Feigling, 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 Feigling! Versteck das nicht einfach nicht! Das ist ja komisch! Ich müsste beide gleichzeitig die Zauberes anwenden! Aber was für einen! Ich weiß, es ist nur für irgendeinen! Ich hab... Ich hab nur... Zwei... Zur Verfügung! Nehmt doch einfach den stärksten Zauber! Oder... Äh... Das ist doch beide! Das war daneben! Ja! Ruckel, ruckel! Wow! Ja, ja! Wow! Sticken! Ich glaub, das hat nicht viel gebracht! Ich bin nicht ganz sicher! Nein! Ach, was! Habt ihr das auch gemacht? Ich bin ein bisschen staubig! Nicht mit Feuer! Dann stinkt der ja noch mehr! Ich hab aber... Oh, die! Das ist gar... Oh, danke! War das ein Liebeszauber? Nein, das war ein Heil... Heil... Ah! Liebe! W... Was? Was hierher? Hä? Wo kam was? Wie seid ihr hier auf den Weg? Irgendwie ist Poseidon zu doof zum Schießen. Treffen sollte ich auch schon. Hallo Poseidon, du stinkst! Poseidon stinkt, Poseidon stinkt, Poseidon stinkt! Er hat bestimmt noch Käsefüße. Ja klar! Immer! Hi Poseidon! Aua! Hey Poseidon! Ich bin der Herrscher des Meeres! Lass das! So siehst du aus! So siehst du aus, du Fischkopf! Du stinkst! Du stinkst! Du stinkst! Und der Herrscher der Gestankst! Ja genau! Genau! Fisch! Ob man die Dreizacke auch irgendwie aufheben kann? Nein! Schade! Hey! Poseidon! Der stinke Poseidon! Wir werden noch alle aufgehen! Ich spreche euch schon! Ähm, siehst du das? Ey Leute, hier ist ein Raum! Warte! Was? Äh! 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 Au! Das war, das war, das war ein... Ich brenne dich um! Euch alle! Au! Au! Entschuldigung! Au! Ich brenne! Ich bin heiß vor Leidenschaft! Die werden alle noch brennen! Ich brenne! 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 Und? Wollen sie den Keks? Au! Oh ja! Oder eine Pilzsuppe! Au! Das ist ja unfreundlich! Ich habe denen den Keks geschenkt! Au! Ich glaube, das bringt erst nichts. Ihr werdet alle sterben. Vielleicht müssen wir einfach nur durchs Loch. Wollen sie ein bisschen Heilung? Oh wow. Wir wollen... Selbst die Gegner retten euch nicht mehr vor dem ewigen Ende. Wir wollen ihn töten. Siehst du, brauchen sie ein Heilung? Vielleicht versucht er sich ja mit uns. Klar, mit einer Pilzsuppe. Ja, leicht. Ja, Mann. Könnt ja sein. Entschuldigt. Ich glaube, Poseidon kann echt nicht zielen. Zielwasser trinken, bitte. Dankeschön. Hoppel, hoppel, hieschen. Ich bin ein Hoppel, hoppel. Ich bin ein Hoppel, hoppel. Man kann da schlecht zielen. Ich bin ein nice Hoppel, Moppel. Ja, dass das irgendwas bringt. Wir schlagen und... Ihr schlägt ja schon eine halbe Stunde hier gleich fast auf ihn doch. Hey, hi. Ja, da ist... Da muss es irgendwo einen Schalter geben oder so. Aua. Hi, 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 hi. Warte mal. Ich hab mal Hallo gesagt. Was Hallo gesagt, das ist toll. Ich hab auch Hallus. Der, 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 der stinkt wirklich. Was ist denn los? Ihr kleines Siebpferdchen, wagt es den Gott des Meeres anzugreifen. Und es ist Gottesgestan gesessen. Ja. Ja. Die Schinken, sie schinken. Wer du leider nicht zielen kannst. Warte mal, aber hier sind doch auch so komische Drachenköpfe, Leute. Hat das nicht irgendwas zu sagen? Äh, vielleicht müssen wir die aufziehen. Oder... Aufziehen. Vielleicht mal noch reinzielen oder so? Ich hab keine Ahnung. Ähm, könnt ihr mir doch auch mal hier auf die Kaffee ziehen? Vielleicht, wenn ihr gleichzeitig irgendwas macht? Ah. Äh. Auf alle... Hau ab, du kleine Flunder, du. Okay. Hi. Hi, Poseidon. Ich bring dich um. Hi. Das mag ich zu bezweifeln. Können wir vielleicht gleichzeitig mal auf die... Du... Die... Hi, Bex, hast du Pilzen? Nein, leider nicht. Hat jemand was zu essen für Milch? Ja. Hi. Warte, 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 warte. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Eins, jetzt. Wo bist du? Wo bist du? Hey, hi. Hau ab, du kleiner Klauefisch. Nein. So. Ich hab noch eine Glitzermelone. Mega. Ich hab mich doch. Ich will doch noch Kuchen. Ich will tanzen. Es muss doch irgendwo... Es muss doch eine Schwachstelle geben. Ja, irgendeine Schwachstelle gibt irgendwas. Ich will das Gefühl, das will ich übrigen. Leute, das funktioniert nicht. Ihr wagtest mich anzugreifen, bleibt weg. Das funktioniert nicht, Leute. Was ist mit den Druckplatten? Nein, die nicht. Die hab ich umgesetzt. Hört damit auf. Auf die anderen... Ihr werdet noch alle sterben. Auf die anderen Druckplatten. Auf die andere... Was soll das? Nein, die... Meine Magie funktioniert nicht mehr. Was soll das? Nein. Äh... Yay. Juhu, ist tot. Endlich. Er hat eh gestunken. Ähm... Da sind ganz... Ganz, ganz viele... Äh... Äh... Ich hab... Bin ich jetzt Beseido? Danke. Äh... Kann man die einsammeln? Hi, Fischkopp! Äh... Was denn hier? Ähm... Unter dem Thron ist was. Ja, da... Hinter dem Thron ist was. Hab ich ja vorhin schon gesagt. Da ist ein Loch. Cassie, es ist eigentlich erstmal alles mit dir in Ordnung. Ich bin ins Loch gefallen. Stopfen, nicht mehr Rohre verlegen. Das geht's mir gut. Au! Hey! Ich bin... Keine Rohre verlegen. Das machen wir ja nicht. Was hat er alles mit dir gemacht? Jesus, wo? Äh... Er hat mich eigentlich neunlich in diesem Glück eingesperrt und beobachtet. Wollte er irgendwas von dir, oder? Wollte er Kinder mit dir machen? Ui! Ja! Mega! Ich hab auch noch einen Reizack. Au! Ich würde sagen, dass es daneben gewesen. Was? War keine Schadenfreude. Nein, nein. Ähm... Ich hab doch von einem Portal erzählt, oder? Äh... Hast du? Ja. So eine Nachrichtung. Ähm... Die sind ja alle leer. Zöner Verarschung. Ja! Ich muss mal kurz ein bisschen nachdenken. Was ist das gefällt? Sehr gut. Cei von Dann, somebody, never stop